Jetzt tue ich mal Hochfahrer auf die höchste Stufe, so und jetzt geht er richtig da rein, guck mal da rein. Und da tue ich mir mit der Hand ausperren. Was ich so geil finde ohne Chemie? Sind wir mal ehrlich, wie oft stinkt die Chemie? Die Chemie stinkt einfach. Jetzt machen wir noch Hasch-Basch-Güttel. Ich mach grad noch Videos. Jetzt machen wir noch ein Masch-Güttel. Ich habe noch ein paar Leute, die Chemie zu gehen. Wie oft ist das, ich habe noch einige. Ich habe noch ein paar Leute, die Chemie zu gehen. Ich habe noch ein paar Leute, die Chemie zu gehen.